Ja, ganz herzlichen Dank, ganz herzlichen Dank den Organisatoren und auch die Möglichkeit natürlich hier ein paar Bemerkungen loswerden zu können, sozusagen mit zwei Jacken an. Das eine ist die Jacke, die ich trage als Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Ja, wir wollen eine nachhaltige Verkehrswende unterstützen auf der Bundesebene. Wir wollen den Klimaschutz voranbringen. Und ja, es ist richtig, die Citybahn ist für die Region, für Wiesbaden, aber auch für den Rheingau-Taunus-Kreis mit der Verbindung nach Mainz eine hervorragende Möglichkeit. Deswegen ist es ganz wichtig zu sagen, Ja zur Citybahn. Das ist das, was wir uns auch vorstellen in der Entwicklung, in der Regionalentwicklung. Und deswegen ist es tatsächlich so, und das ist wichtig nochmal zu betonen, dass der Bund 75 Prozent der Kosten für dieses Projekt übernehmen wird, wenn die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener am 1.11. den Weg dafür freimachen. Das sind nach aktuellem Stand, liebe Wiesbadenerinnen und Wiesbadener, über 300 Millionen Euro, die wir für Zukunftsinvestitionen in unsere Region steuern können. Und deswegen, schon allein deswegen, ist es ein guter Grund, am 1.11. hinzugehen und zu sagen, Ja zur Citybahn. Denn man kann nicht auf die Idee kommen, dass diese 300 Millionen für irgendetwas anderes in die Region kommen. Auch das muss man in aller Klarheit sagen. Dieses Geld wird in schienengebundene Verkehre investiert. Und wenn wir das in unserer Region versauen, dann freut sich Hamburg, Stuttgart, München oder wer auch immer. Nichts gegen Hamburg, Stuttgart oder wen auch immer. Aber ich möchte, dass die Mittel bei uns anlanden und uns zugutekommen und unseren Menschen hier in der Region Mobilität für die Zukunft sichern. Ich will als Taunussteiner eine persönliche Bemerkung vielleicht noch machen. Ja, ich gehöre auch zu denjenigen, die regelmäßig im Auto auf dem ersten Ring stehen oder auf dem zweiten Ring stehen oder auch auf der Schwalbacher stehen. Die, die sich darüber ärgern, dass die Platte, die eiserne Hand oder die A-Straße mal wieder verstopft sind. Und das mache ich nicht, liebe Wiesbadenerinnen und Wiesbadener, um Sie und Euch zu ärgern. Sondern das mache ich deswegen, weil ich keine andere vernünftige Möglichkeit habe, schnell aus meinem Heimatstädtchen Taunusstein über Wiesbaden nach Mainz oder auch ins Rhein-Main-Gebiet schienengebunden zu kommen. Und das geht ganz vielen Menschen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis genauso wie mir. Tausende von Menschen möchten gerne ihr Auto stehen lassen, möchten hier nicht Staus verursachen und die Abgase vor den Fenstern der Wiesbadenerinnen und Wiesbadener rausblasen. Auch das mag für viele Wiesbadener ein guter Grund sein, am 1.11. für die Citybahn zu stimmen. Denn das ist ein guter Weg von den Wiesbadener Straßen, eine ganze Menge Autos mit dem Kennzeichen SWA und RÜD einfach mal runterzukriegen. Auch das kann man den Wiesbadenerinnen und Wiesbadener sagen. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam und auch mit dem Werben, was wir aus dem Rheingau-Taunus-Kreis mitmachen können, eine Mehrheit für zukunftsorientierte Verkehrsentwicklung in Wiesbaden, aber auch deutlich darüber hinaus hinbekommen. Also in dem Sinne Glück auf. Vielen Dank.